Was im Sommer geht, geht auch im Winter. Hier seht ihr Ankes einjährige Golden Retrieverhündin Ella und sie hat wirklich Spaß in der Strandmuschel. So eine wollen wir auf jeden Fall auch für Mina holen für diesen Sommer. Und ja, total süß die Blutten, kleine. Hier seht ihr den kleinen Shady Pelle, der jetzt, oder zu den Zeiten des Videos, erst fünf Wochen bei seinen neuen Besitzern Carlo und Sandra war. Ganz lieben Gruß an der Stelle. In dem Video seht ihr ihn in einem ganz heftigen Schneesturm und der hat sichtlich Spaß. So, das hier ist Julia mit ihrem Hund, weiß ich leider nicht, weil sie hat leider den Namen nicht dazu geschrieben. Aber ich denke, es ist ein Husky-Mix oder Husky-Röde, vielleicht sowas. Julia, vielleicht kannst du es einfach aufklären unter dem Video in den Kommentaren. Auf jeden Fall eine super Arbeit. Hier am Anfang habt ihr gesehen, den Nasen-Target mit dem Target-Stab. Jetzt kommt Slalom durch die Beine. Die beiden arbeiten sehr ruhig, was ich super finde. Hat er sich vertan. High Five. Nochmal High Five. Immer schön belohnen. Kann, glaube ich, einpacken. Ja. Oder Drehung mit Platz, man weiß es nicht genau. Ich glaube, es sollte einpacken werden. Jawohl, cool. Super Training. Schön ruhig. Du bist total aufmerksam. Und Julia, wenn du uns einfach noch den Namen verrätst, dann sind wir glücklich. Vielen Dank für das tolle Video. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu mir. Und lauf. Amy, dreh dich. Vor. Super. 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 Emi, hol mal Socken. Dankeschön. Vielen Dank für dein Video, die Amy ist super süß. Die winken. Super. Fein. Toll. Dreh dich. Durch. 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 Toll. Lied. Worte. Andere. 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 Dreh dich, Alter. Super. Dreh dich, Alter. Super. Hier seht ihr eine Trainingseinheit von klein Alfie, der ist sieben Monate alt mit seinem Frauchen Jessi, die ist 16. Der kleine Mann kommt aus Rumänien und wird bilingual erzogen. Ich finde es zuckersüß und das liebt Grüße da. Macht weiter so wie beide. Pauline aus Rumänien räumt auf. Sie ist eine Dackelmix-Hündin von der Anja aus Bayern. Ganz liebe Grüße. Hier in dem Video seht ihr den, in Anführungsstrichen, frechen Borda Chico. Der ist jetzt 15 Monate alt und gehört unter anderem zur Manu. Er ist wohl sehr ängstlich und hat dadurch schon ganz viele Hundetrainer herausgefordert, aber sie lieben ihn so wie er ist und trainieren jeden Tag fleißig mit ihm, damit es besser wird. Unseren YouTube-Kanal verfolgen die beiden schon seit über einem Jahr und darüber freue ich mich tierisch. Ja, vielen Dank für das tolle Video. Die Manu hat geschrieben, wir haben das spontan aufgenommen an dem Tag, wo ich den Aufruf gestartet habe und ja, ich finde es ist ein super süßes und schönes Video geworden. Vielen Dank und einen ganz tollen Hund habt ihr da. Ich drücke die Daumen, dass es von Tag zu Tag besser wird. Lieben Grüße. Platz. Rolle. Super. Hier seht ihr den Ratonero aus Spanien, Maido mit seiner Besitzerin Carina. Und sie üben gerade? Dreh dich! Worauf wartet ihr? Wartet ihr auf Waffeln? Ja? Wollt ihr Waffeln haben? Nein, ich krieg keine Waffeln, aber ihr könnt ein Leckerchen bekommen. Wollt ihr ein Leckerchen? Und was tun wir dafür? Ja, super Blackie. Und Joschi, was kannst du? Oh toll, bitteschön. Der kleine Blackie vom Leinenonkel, ehemals Peters Futterkiste, darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier seht ihr ihn, wie er auf dem Bauch robbend durch den Schnee sich fortbewegt und sowas habe ich echt noch nie gesehen. Und voran! Voran! Bruno? Voran! Voran! Diener! Tot! Rot! Ok! Rolle! Super! Gib laut! Nein! Dreh dich! Sitz! Männchen! Männchen! Sitz! Winken! Nein! Fütchen! Fütchen! Diener! Bitte, bitte! Bitte, bitte! Lola von Denise beim Longieren und Spülmaschine ausräumen und Slalom durch die Beine. Sie ist zwei Jahre alt, ein Straßenhund aus Ungarn und wie ich finde total süß. Super! Super! Danke! 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 Auf tatsch! Auf tatsch! Auf tatsch! Super! Komm tatsch! Wir würden! Und tatsch! Ne Klasse! Hier seht ihr das kleine Dackelbaby Grisou, was gerade bei seiner neuen Familie einzieht und auf den zweiten Dackelpaulchen trifft. Und ich finde das so süß. Plotsch. Da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden. Ich hoffe, ihr habt noch ganz viel Spaß mit den beiden kleinen Mäusen und ich würde mich über weitere Videos sehr freuen. Vielen Dank, Josi, für das tolle Video. Nicht Julia, sondern die kleine Luna, fünf Monate alt, wird von Romeo erschaffen. Oh, das ist so süß. Ah, schweiß Grudeln. Oh, ist das süß, oder? Oh Gott. Nochmal tausend Dank für eure tollen Videos. Ich habe sie mir schon zigmal angeguckt und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn doch, habt Nachsehen. Es waren wirklich viele. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder bei Facebook, Instagram oder demnächst hier auf YouTube. Ich freue mich auf euch und ja, ihr seid einfach die Besten. Danke. Mwah. Tschüss. Tschüss.